Stürmischer Sonntag, 12.12. glaube ich. So, ich war jetzt gerade beim Vogel füttern und da denke ich, was vielleicht hat es von der Dachpappe irgendwas ins Gebüsch gezogen, aber jetzt schaut mal was da oben sitzt. Also hier hängen die Meisengnödel und da oben drin sitzt eine Katze. Also wie die da hochgekommen ist, ist mir schleierhaft eine dicke fette Katze, die mich jetzt beobachtet. Ein ziemlicher Brummer, die hockt da und wartet, dass sie die Vögel fressen kann. Habe ich noch nie gesehen in meinem Garten, da ist also eine neu hinzugekommene Katze. Ziemlich dicke Tante. Könnte auch ein Kader natürlich sein. Oh, Knurrt. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Oh, 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 oh. Kein Spaßvogel. So, dann gehe ich da mal wieder weg. Also die versteht keinen Spaß. Okay, aber klasse. Irgendwann geht sie weg und dann kommen die Vögel wieder.